Meine sehr verehrten Damen und Herren herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar spielen Arne und ich zusammen Borderlands 2. Oh fuck ich muss eh einen neuen Charakter nehmen, Namen nehmen dann fürs Let's Play. Achso ja vielleicht ne. Ne das ist scheiße DLC. Ich bin wieder diese mit den blauen Haaren. Eine Sirene. Salvador ey ich heiß Jeff Junge. Ne ich heiß ähm. Name? Ne ich bin unkreativ im Namen auch denken. Ich heiß Fiete. Ja ich spiel ein ganz locker. Adrian nimmt glaube ich Sirene. Wenn die so heiß ist. Ja die mit den blauen Haaren halt. Ich kenne mich einfach Adi. Jetzt muss ich noch mal einen geilen Dings wiederfinden, den ich am letzten Mal hatte. Ah da ist es. So auf geht's jetzt hier. Mir ist go. Boah mega laut ey. Ich muss auch gleich leiser machen Leute. Also fangen wir jetzt komplett von vorne an. Genau also wir haben die ersten paar Level haben wir schon gespielt. Na toll. Noch ein roter Kammerjäger. Handsome Jeff war fleißig. Moment du bist nicht tot. Ja jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PTP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab noch was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einmal dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Mini-Karte ausgestattet. Und jetzt mein Freund, schaffen wir nicht rein. Hast du volles Leben? Ne, ja, 90. Ey, wie asozial ey. Boah, aber ich hör dich gerade gar nicht. Ja, ich muss auch erst mal leiser machen hier. Ich hab 10 HP, Alter. Warum hast du 90? Ich hab angemacht. Ja, offensichtlich. Oh, die geile CPUs am Start. Läuft voll langsam. Ah, Sprint. Huh, 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 huh. Hier kann man auch nicht erst draven. Fuckt ab. Scheiß-Spiel, ne? Ja, jetzt komm her, du Lappin. Wo fährst du denn jetzt hin? Jetzt komm nur her. Mach die scheiß Tür da vorne auf. Ich muss noch mal ein Stück leiser machen, Alter. Öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bulli-Mongs in Schach halten. Bulli-Mong! Lassen Sie an die Augen raus! Money in the Bank! Ja, ja. Ich muss doch noch mal kurz meine Maus ein bisschen runterscreen. Besser ist Aiming. Welches ist Aiming? Was? Aiming? Der Team labert einen Scheiß, ey. Er hört auch gar nie auf zu reden. Ne, das ist furchtbar. Boah, so. Meine Pistole nehme ich mich da drüben. Der alte Army. Ah. Ah ja, wir sind sicher. Stimmt, hab ich vergessen. Dein Auge! Warum ziehen sie eigentlich immer die Augen ab? Also ich meine, er hatte ja vorher schon angesprochen, dass ihm sein Auge abgezogen wird. Keine Ahnung. Aber er ist offensichtlich Hellseher. So, hier sind Gunnens. Vor langer Zeit verhinderten Vierkammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. War ich beim letzten Mal nicht, Brenne. Und, ordentlich Muni, Mann. Ja? Geil. Hast du schon alles gelootet? Ja, ich glaube, dann haben wir alles, oder? Ja, ich muss noch mal kurz die Maus, wenn sie die Tür wieder hinstellen. Ich hab meine jetzt noch 20 runtergedreht, ey. Das geht das einfach gar nicht. Fuck, meine ist schon auf 10. Wetter runter geht gar nicht. Egal. Musst du deine Mausensitivität am Computer runterstellen. Ja, ist mir zu viel Aufwand jetzt, um das Ding zu gehen. Looten! Ach man, jetzt sind meine ganzen geilen Waffen weg, die ich beim letzten Mal hatte. Ja, finden wir alles wieder. Also, Edel. Ich finde jetzt Edel einen richtig geilen Scheiß, Junge. Nur. Auf geht's jetzt hier! Was für ein Hänger, Mann. Der Typ ist ein richtiger Hänger, ey. Der Typ ist komplett hängen geblieben, der Typ einfach nur. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Die KI sieht sogar gut aus. Ja, ne? Ich höre vor, die Mann! Fast untertan! Beschädte mich untertan! Gerade fast gesagt? Was? Oh, es regnet wieder. Kritz! Kritz incoming! Ist er schon down? Ja. Boah, die macht richtig damage, meine Waffe, alter. Kritischer Treffer, elf Schaden. Wollen wir hier lang? Ja, ich glaube schon. WTF? Was ist das? Ach so, ein Speicherpunkt oder was? Ja? Was? Oh, schon wieder? Jack krempelt ganz phantoma auf links, um die Klammer zu binden. Es heißt, seine Pogungen verursachen diese Erdbeben. Und wenn wir das, wo das eine Mord ist, wo das eine Mord ist. Nein, ja, Straven. Oh mein Gott, Alter, diese Schütze. Du brauchst die Höhung des lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Lustig? Warte mal, warte mal, warte mal. Begib dich nach Sanctuary. Jetzt kommen wir runter, Claptrap! Waaahn, ey. Jetzt komm her! Schneller! Achso, jetzt müssen wir erst die ganzen Bully Mox töten. Ah, keine Kritz. Keine Kritz. Ich auch nicht, Alter. Ah, da war wieder einmal. Zwölf gebe ich sogar im Krit, Junge. Alles so nett. Treff nicht mal! Weißt du was? Ich schieße jetzt einfach ohne das scheiß Visier, ey. Ich finde, ich gehe aber schon gut rein. Ah, wenn man näher dran ist, gebe ich sogar 21 mit Kritz. Uh, der macht mich an, der Wichser. Muss er denn? Machst du das, ne? Ich sammle Loot. Ja, ja, gehen wir looten. Vielen Dank, Freund aller Freunde. Freund aller Freunde. Hier ist ein Medi-Kit. Brauchst du ein Medi-Kit? Ne, hab noch 90. Gut voll. Medi-Kit. Kammerjäger sucht nach neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und, öffne dich! Ja, genau. Ich mache auch schon immer so auf, indem ich gegen renne. So. Mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen nassen Mond-Tatan und einen öffnen Hübschen-Robotas. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah! Ha. Hat er, hat er recht. Der ist so ein richtiger Hänger, der Typ. Alles klar. Das ist gar nicht. Auf, auf, auf Knuckle-Drager würde ich sagen, ne? Tritz! Alles in Head. Oh, er hat mich abgeschlossen, der Wichser. Tritz! Oh. Tritz! Er bewirft mich mit Steinen. Tritz! Kann ja laufen. Ich vergaß. Guck mal, wie der Angst vor uns hat. Was macht der Roboter da, wenn ich fragen darf? Der chillt ein bisschen. Jetzt kommen die anderen Hurensöhne, pass auf. Ich habe noch 33 Minuten. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich spare mal Munition, ne? Ich spare mal Munition, ne? Da buckt einer an der Wand, Alter. Er wirft mich mit Steinen. Wow! Ich habe Vorteils-Pose. Tritz! Au! Ich habe keine Muni mehr. Warte, ich mache ihn mit Nahkampf. AAAAAAAH! So. Easy! Ja, alles im Nahkampf. Ah, da war eine Piste, die habe ich gerade auch schon eingesammelt. Jetzt habe ich noch irgendwas eingesammelt. Ich sammle lauter Zeug ein einfach. Das ist einfach, der Greed ist einfach. Ich habe eine Waffe für dich. WUH! Da oben ist auch noch irgendwo. Hier ist noch. Hast du Medi-Pack draußen? Nein, nein, brauche ich nicht. Ich habe volles Leben. Ich habe noch einen Kumpel. Warte, mich auch. Ach, der Neuf. Mach doch mal Hinde, ey. Ach, ich liebe Törtchen. Hm? Was? Hm. Ich habe eine geile Kürse-Törtchen bei Aldi gekauft. Geil, Junge! Nur das gute Zeug hier. Heiz die auf. Ach, das war das jetzt. Kommt das mit dem Hacken. Nee! Will auch gerne eine KI. Nein, okay. Ichog war gestern Avengers gucken. Der Neuen? Und was sagst du? Ja... Ich weiß nicht, wenn man wahrscheinlich alle 30 anderen Superhelden-Filme gesehen hat. Von den Leuten, die da mitspielen. dann versteht man wahrscheinlich noch mehr von dem Film als ich. Ja, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, wir waren halt... Er hat wie viel gekostet? In 3D 10 Euro irgendwas. Und es war ja schon Kinotag, der kostet sonst irgendwie 13 Euro, keine Ahnung was. Ja, das ist krass. Das finde ich ein bisschen zu teuer. Ich finde ganz ehrlich, das Coole an den Avenger-Filmen ist, finde ich nicht diese ganzen 30.000-Kampfszenen, die man eh aus jedem Superhelden-Film kennt, sondern dieses, wenn die so chillen und sich unterhalten, das finde ich, macht Avenger-Film aus. Also, wir müssen ja reisen, richtig. Oh, wann das nochmal? Wir müssen mit Clip-Trap reden. Stimmt aber was? Ich will aber nicht mit ihm reden. Wie mal denn Ed? Update! Tab. Bani hoppen! Uh, kann man nicht. Ja, gar keine Skills verteilen, stimmt ja. Reisen! Reisen! Ausrasten! Wow, was ist denn das für ein geiles Rifle, was da unten rechts, wenn wir gerade zu sehen ist? Voll das Phaser-Ding, Junge, Alter. Kannst du schon richtig mit ausrasten, ey. Ausdruckst. Warte kurz. Ja, wieder da. Da ist er fast so hängen geblieben, ey. Das ist... Das ist... Ja. Gibt nur Crits. Schrotz den Crits. Okay, Jungs. Hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Aus Medipack? Nö. Nein. Ha, 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 ha. Sag, Kammerjäger, könntest du Flins Männer für mich killen? Nein. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen hier einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als er Jack mit dir machen würde. Russian. Rrrr. Alles muss in den Head. Ach, da ist ja ein Gegner. Wo sind die Gegner? Ach, da ist einer. Au. Au. Ich hab hinter dir. Au. Ja, ja, Bullimonk zu dir. Weil er mal vorbeikommt. Au. Au. Oh mein Gott, er kommt echt vorbei. Klapchap fällt erstmal um, Alter. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Warte, wagen da auch nicht irgendwo Medipacks oder so? Ja, oder Tür rechts, glaube ich. Eilig noch ein paar. So, dann gehe ich auch mal kurz vorbei. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Herr Merlach würde sich anders überlegen. Wir fallen wie meiner. Lalalalalalalala. Boah, der labert einen Scheiß, ey. Ich finde es cool, dass rechts immer die Werte der Waffen angezeigt werden. Ja, das ist ziemlich geil. Aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Liegt eine Pistole. Aber er ist am Level 3. Frei. Gleich welche. Hier. Light Pistole. Die kann ich aber gar nicht benutzen. Hier ist Level 2. Ach, die kann man auch aufmachen, die Briefkassen. Wollte ihm gerade seine Post abziehen. Awww. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammer. Sir Hammerlock. Hunter Scholar Gentleman. Stets zu Diensten. Läuft bei ihm. Hetz und. Du hast jetzt eine Granate. What? What? Find's geil, dass man die Briefkassen zündern kann. Das stimmt nicht fröhlich. Ich glaube, die Crimson Raiders könnten ein Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Robbertau gegeben würdest. Hast du das oder nicht das? Erledigt. Okay. Hier gar kein Loot mehr. Was? Kein Loot mehr? So, ich muss nur das hier mit. Hier ist noch was. Ich glaube, es ist noch ein Loot. Uh, gib mir den Loot. Das war's auch schon. Geh ich Flammschaden, wenn ich mich auf ein Brennungsfass stelle? Oh mein Gott, ja. Ja, weiß ich ja nicht. Bei Kaunters 2 kriegt man keinen Damage, wenn man sich in Feuer stellt. Ja, nicht auf Brennende Fässer. Ja, mach hin, äh. Das ist unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertanen. Untertanen. Ach, das Grenzland ist also Borderland. Ja, stell dir vor. Das ist aber ne Drecksübersetzung. Wuuu. Ja, Straven. Klingt geiler. Ja, Straven. Boah, schuldigen Sie Sprechen, ey. Das ist ja lame. Bäm. Bäm. Diese Stadt ist nicht groß genug. Alles klar. Auf geht's. Friedhof zuerst. Warte auf mich, wo bist du? Wo geht's überhaupt hin? Brauchst du ein Schild? Ich hab noch ein Schild, warte mal. Ich hatte eigentlich auch ein Schild. Irgendwann aufgehoben. Ich hab zwei Schilde. Express Schild? Ja, guck mal, ob der da was für dich ist. Ich hab Express Schild und was ist da Sandra auch? Express Schild. Geil. Das Schild 90, 21, 406. Ne, 98 Cutrate Schild. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist einer 98, 13, 3,64. Go, ob der besser ist. Lass mich aufnehmen. Okay. Ja, ich doch. Ich glaub schon. Man kann später zwei Schilde ausrüsten. Ja, kann man, glaub ich. Oh, gibt's den Head da hinten? Nee, irgendwie nicht. Oh, 30er Treffer, Junge. Ach, erst Ray, wenn... Der ist down. Aber ist der down hier alles zu lang, ey. Reload Zeit halbe Stunde, Alter. Ich schwör. Nee, du Spass. Ach, schon wieder einer von denen, Alter. Nur in Head, Junge. Bam. Oh mein Gott, meine Waffe. Ich hab keine Muni mehr. Oh, ich muss verhindern. Geht wieder in den Nahkampf. Hier ist noch eine Pistole eingesammelt. Hör doch mal. Guck die, was für dich ist. Nee, ist hier nur so ein Schnellfeuer-Ding. Kannst du da haben. Wuhu. Wo? Da. Top-not-Gent-Garten auf geht's. So, auf geht's jetzt hier ab auf dem Friedhof. Ein bisschen viel anziehen. Hast du noch Muni oder nicht? Äh, sagen wir wenig. Dann gehen wir mal, warum hast du wenig Muni? Und ich stelle keine Frage. Ja, auch nicht. Musst du Muni kaufen gehen hier. Umladen. Hier bei mir. Kann man das schon? Ja, ja. Ich glaub, ich hab einfach vergessen nachzukaufen. Das ist womöglich. Hier auf der anderen Seite vom Haus. Ja, ja, doch gleich ein Eck. Oder so, ja. Hier. Bisschen gerade. Okay, auch. Woher lang? Ja, ich würd sagen, wir laufen mal außen rum. Dann machen wir nicht wieder den Suicide-Marsch einmal runter. Vielleicht ist hier vorne immer noch ein Medi-Kit. Nee, jetzt ist inzwischen despawned. Und so. Auf geht's jetzt hier. Der fängt sich direkt mal ein. Oh, da ist ja auch noch einer. Guter Jump. Von links kommt ein großer. Pistel geht gut rein. Oh nein, Gott, ich krieg. Krieg der Match. Lauf! Mein Freund! Oh, der ist geil, ne? Die ist von dir. Jetzt du beim letzten Mal. Kannst du haben. Was ist mit der? Jetzt du beim letzten Mal. Die inflammatory, keine Ahnung was. Aber die ist scheiße. Die brauch ich gar nicht. Meine macht mehr Damage. Ich hab einen Revolver, der macht 28 Schaden. Oh, der ist geil, ne? Ja. Willst du den haben? Oh, da hast du auch so einen. Bist du den haben? Ich hab auch so ein geiles Ding. Also nicht. Nicht dasselbe, sondern ein Ding. Verstehst du? Stehe ich, ne? Wohl an. So. Ja, kannst schon mal hochlaufen. Ich gut hier nochmal eine Runde. Biss ein Medi-Kit, falls du das brauchst. Hm, zu faul. Kaufst du bei dir einfach eins, ne? Hey. Hab ja noch 70 Leben. Infinite Sprinting. Geil. Wui. Möchten wir hin? Zu Hammerlock. Diese Stadt ist nicht groß genug. Jop. So, zwei neue Quests geholt. Benutze den Aufzug. Dann gehen wir nochmal den Aufzug benutzen, oder? Oh, geil. Ich hab nicht so ein Ding, weißt du? Ein Ding? Was für ein Ding? Oh, ne Rifle? Ja. Ich auch. Grim Rifle. Uh, Gorilla Rifle, junger. Kannst du? Ja, muss ich noch kurz Muni kaufen, ne? Das Rifle hatte ich beim letzten Mal nicht am Anfang. Das sieht voll gut aus. 20. 20 Damage, okay. Ich hab auch schon mal mehr gesehen. Wohin wollen wir überhaupt? Dann müssen wir sagen, mal auf Claptrap warten, dass ihr uns hier die Scheiß-Tür aufmacht. Ja? Nimm Claptrap. Wo ist Claptrap denn, der Lutscher? Tür ist doch offen. Ist offen? Also ich hab sie grad an so ein Ding besogen. Boah, jetzt gibt Kette, Alter. Wolfen wir auf. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Oh! Oh! So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mann wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen. Na, ich würde sagen, wir holen uns erst jetzt das Schild. Oder? Also hier runter und dann links. Unten. Okay. Okay. Ich würde sagen, wenn ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Weintag? Der war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Über uns fing schon wieder dieses Scheiß-Racks, ey. Ich soll so aber vielleicht nicht direkt auf die schießen. Aua. Pass auf, da stehen Fässer, ne? Ja, egal. Und hinter dir ist auch noch einer. Beine mal um. Alter, ich seh seine Beine. Er ist hinter dem Pfad. Oh, mein Sohn. Ernsthaft, die ballern von da drüben hier rüber? Wie kommen die? Pfeuer? Oh. Ja, komm, lass einfach doch rüber rushen. Auf geht's jetzt hier. Straven! Jukes! Jukes incoming! Oh, Ae hinter dir oder so? Ach, Kleingeld! Alles in Head, Junge! Ist er down? Ja. Nee, noch nicht. Jetzt ist er down. Oh, Schild ist down. Hier kommt ein Feuerball! Au! Au! So, dann haben wir alles looten. Ich kann looten, während ich im Reload bin. Ja, du kannst alles machen, während du reloadest. Du kannst auch sprinten dabei, das ist mega geil. So, jetzt war doch irgendwie, dass hier eine Sicherung fehlt oder so. Ich loote weiter. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzgeeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Mal was eingesammelt, warte mal. Was hab ich denn eingesammelt? Müssen wir da rüber? Ja, ne? Äh, ne Pistol, glaub ich. Wie mir die sicher, ob die einen Zoom oben drauf hat. Hier, guck mal. Also die kannst du, glaub ich, eh noch nicht benutzen. Ist das Level 4 oder so? Hm. Und ja, wir müssen darüber. Neh mich aber mit. Es ist die Weiterentwicklung von meiner Pistol, die ich jetzt schon habe. Loot. Hm? Loot. Ach, du bist schon wieder durchgerusht. Oh, das ist eine Säurebehörde. Oh mein Gott, da ist wer. Loot. Hacks. Fick direkt und hackt. Level up. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Ja, wirf mal, die Säurebehörde ist dann in die Luft gejagt. Von wo? Von da oben. Oben links. Jo. Dann schmeiß ich schon wieder mit Messern. Ach, da oben ist der. Oh, ich bin runter gefahren. Dann ist noch ne Pistol. mehr hier boom der ist down irgendwo ist ja noch wer warst du da den sicherungskasten ist getroffen was sehr richtiges aiming gekauft ja ich noch gut ja auf jeden fall können wir es ist ein schilder aber nur 1 nein ich habe jetzt eins genommen das ist besser es hat mehr schildleistung als meines aber weniger ladigeschwindigkeit das ist ja okay egal ich muss einfach mal